Ein sinnvolles Zubehör für Ihre analoge Mini- oder Mikrokamera ist diese Televorsatzlinse. Damit verlängern Sie die Brennweite des eingebauten Objektivs und erreichen im Handumdrehen eine bis zu 2,5-fache Vergrößerung. Die Montage der Televorsatzlinse ist denkbar leicht. Einfach auf das Objektiv Ihrer Kamera schrauben und schon profitieren Sie von dem Vergrößerungseffekt. Und das zu einem sehr viel günstigeren Preis als bei Telelinsen anderer Hersteller.